Ja, kurz zur Info, bevor es losgeht. Mir ist leider was Dummes passiert. Während des Zeichnens ist einfach die Kamera ausgegangen, ich weiß nicht warum, nach einer Viertelstunde. Und ja, also das sind so ein paar Minuten, wo ihr kein Bild habt, aber halt Ton. Ich weiß, das ist halt ein bisschen nervig, aber ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ich habe es erst zu spät gesehen, ich bin froh, dass es überhaupt aufgenommen hat. Ich werde euch aber eine Zeitmarke setzen, dann könnt ihr diesen Part überspringen, falls ihr das nicht euch nur anhören möchtet. Und ja, dann geht's los. Ja Freunde, da ist er wieder, der Typ, der euch jeden Tag zulabert und irgendwelche Bilder euch zeigt. Ein bisschen müsst ihr mich noch ertragen, denn wir sind bei Tag 14 der Zeichen-Challenge. Also die Hälfte ist so gut wie geschafft, aber wir haben noch eine ganze Menge Bilder vor uns. Heute wie gesagt mit Bild Nummer 14 und das ist dieser liebenswürdige Herr hier, der irgendwie sehr witzig und sehr sympathisch aussieht. Und vor allem, sein Gesicht würde sich wahrscheinlich auch als Karikatur gut anbieten. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, das als Karikatur zu zeichnen, denn wir möchten ja Proportionen in erster Linie üben. Und wenn ich jetzt Karikatur zeichnen würde, wäre das alles ein bisschen verschoben, ein bisschen anders. Deshalb, wir bleiben bei unserer Zeichen-Challenge mit den Proportionen. Heute mit einer kleinen Änderung, denn ich habe ja sonst immer mit diesem Bleistift hier gezeichnet, mit dem ganz normalen Faber-Castell-Druckbleistift. Und werde aber heute mal was anderes machen, einen anderen Bleistift nehmen, nämlich diesen hier. Den neuen Kurutoga Roulette, den ich mir bestellt habe, habe ich dazu auch schon ein eigenes Video gemacht. Es könnte sein, ich weiß nicht wann das kommt. Entweder kommt das vor diesem Video, also dass ihr es vielleicht schon gesehen habt, oder ich mache es danach. In jedem Fall werde ich diesen Stift nochmal gesondert in einem eigenen Video vorstellen. Bisher hatte ich ja immer diesen Kurutoga Stift hier. Das ist so diese Standardvariante, der deutlich leichter ist und hier vorne so ein Plastengehäuse hat. Der hier ist aber etwas schwerer und etwas hochwertiger verarbeitet, deshalb auch ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, dazu dann mehr in dem Video. Trotzdem habt ihr einen kleinen Vorteil, wenn ihr das jetzt hier seht, weil ihr dann nämlich diesen Kurutoga schon im Einsatz seht. Nun aber, jetzt bin ich gleich bei zwei Minuten. Das will ich jetzt abpassen, damit wir direkt bei zwei Minuten starten können. So jetzt und dann kann es auch losgehen, damit wir hier unseren netten Kollegen zeichnen. Heute habe ich mir überlegt, wir machen es mal wieder ein bisschen anders. Ich werde diesmal nicht mit der Kugel anfangen, sondern dadurch, dass das Gesicht halt, also ihr seht es ja jetzt nicht mehr, weil ich es schon weggepackt habe. Aber ihr könnt es ja sehen, wenn ihr euch den Feed aufmacht bei Pinterest. Dadurch, dass der ja so ein eckiges Gesicht hat, finde ich, kann man das ganz gut über die Kanten diesmal lösen. Dass man versucht, den Kopf erstmal so rechteckig darzustellen und oben halt abgerundet für den Kopf. Und den Rest dann versucht so darzustellen, wie man es halt von den Proportionen her kennt. Weil er ja auch direkt von vorne zu sehen ist, haben wir halt den Vorteil, dass wir einfach mit den normalen Proportionen arbeiten können. Zumindest mit dem normalen Raster. Aber wir müssen natürlich trotzdem abmessen. Wenn ich jetzt mal schaue, vom Kopf bis zur Linie der Augen, haben wir ja wieder genau die Hälfte. Also schauen wir jetzt mal, dass wir hier die Hälfte der Strecke finden. So und so. Vielleicht noch ein bisschen mehr, damit wir hier unten auf unsere Linie kommen. So und so. Noch mal prüfen. Ich sag mal, so, jetzt bin ich wieder verrutscht. So, an der Stelle. Wir merken jetzt, dass ich es nicht falsch setze. So, hier würde ich jetzt sagen, ist jetzt hier unsere Mitte. Wir können nochmal nachprüfen, damit wir dann auch die gleiche oder die richtige Entfernung haben. Ja, das ist halt immer so das Schöne hier, dass man bei den Augen direkt halt sieht, wo die Mitte des Gesichtes halt ist. Die sitzen halt eigentlich immer in der Mitte. Kann sein, dass es vielleicht irgendwie kleine Ausnahmen gibt, wo es so ein bisschen abweicht. Aber so die Regel ist halt, dass ihr die Augen wirklich immer in der Mitte des Kopfes habt. Und darüber kann man dann auch wieder das Gesicht Schritt für Schritt weiter aufbauen. Jetzt will ich nochmal gucken, wenn wir jetzt die Spanne nehmen bei den Augen. Also, dass wir halt den Rand des Kopfes finden, wie weit der ist. Ach, guckt mal. Da ist das genau die gleiche Entfernung. Also, diese Länge hier ist auch das hier. Halt, ich muss nochmal gucken. So. Und. Also nochmal direkt die Breite nehmen. Ne, Quatsch, ich habe falsch gemessen. Ich habe falsch gemessen. Das wäre zu schmal geworden. Es muss so breit sein, wie die, also bis zur Augenbraue halt. Und da sehe ich halt, dass unser Kopf wahrscheinlich etwas zu breit werden würde. Das heißt, wir müssen den noch ein Stück einschränken, damit er so ungefähr die gleichen Proportionen hat, wie halt auf dem Foto auch. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass wir dann dadurch das Gesicht etwas kleiner machen. Aber naja, so ist es jetzt halt. Dann wird es heute, wobei, wir haben ja noch die Ohren. Die Ohren sind ja sowieso auch sehr markant bei diesem Bild. Dann können wir die dann in der entsprechenden Stelle halt einzeichnen. So, also auf der Höhe sind dann die Augen. Kann man jetzt wieder so als Linie etwas geschwungener zeichnen. Also man sieht halt, der Stift zeichnet dann doch deutlich dunkler, als der andere, den ich bisher immer hatte. Ich weiß halt nicht, was für eine Mine drin war, weil das auf der Verpackung, ich kann mal gucken. Hier ist es noch. Also das ist halt hier diese Verpackung dazu gewesen. Das ist halt alles japanisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo steht, die Minenstärke, keine Ahnung. Auf jeden Fall schätze ich, aber es könnte, ich denke mal HB ist es nicht. Dafür ist es zu dunkel. Es könnte vielleicht 2B oder B sein. Vielleicht jetzt mal so geraten, keine Ahnung. Aber so ist es halt. Und bei dem hier hatte ich halt immer HB drin. Na gut. So, also jetzt haben wir, jetzt habe ich mich hier wieder etwas vertan mit der Zeit. Aber was soll's, kommt. Wenn wir jetzt 1-2 Minuten mehr auf der Uhr haben, heute ist es nicht so wild. Okay. Also nochmal checken. Wie gesagt, diese Entfernung hier muss das hier sein. Bin mir nicht sicher, ob wir die richtige Entfernung getroffen haben. Ich mach nochmal richtig. So, auf der Höhe könnten, sollten dann die Augen braun sein. Die würde ich dann, dadurch, dass die sich also nach unten wölben, so hier zeichnen. Also bei ihm sieht man es halt sehr schön, so diese Form. Da kann man sich das sehr gut, sehr gut so abgucken. Also dieser Knochen halt, der diese Augenhöhle, über der Augenhöhle ist. Ich finde sie schwer ist der Stirn. Also jedenfalls da, wo die Stirnwölbung ist. Kann man sich da sehr gut als Referenz nehmen. So, die Haare können wir jetzt erstmal nur so andeuten. Gleich nochmal gucken, ob wir da die Höhe der Stirn schon richtig haben. Oder ob wir da nochmal nachbessern müssen. So, hier ist dann... Also hier kommen ja noch einige Falten dazu. Jetzt würde ich nochmal schauen, wenn wir jetzt... Wir gehen jetzt mal von dem Punkt aus, den wir jetzt haben. Nämlich die Augenlinie. Wo wir wissen, dass das passt. Naja, okay, wir machen es doch anders. Augenbraue. Okay, ne, ich finde jetzt auf die Schnelle keinen Referenzwert, der jetzt hundertprozentig passt. Da machen wir jetzt erstmal weiter. Und gucken jetzt erstmal so, dass wir... Okay, die Nase. Also das habe ich mir vorher schon mal angeguckt. Da haben wir hier... Die Strecke müssen wir halbieren. Dass wir halt dann die Nase finden. Das und noch ein bisschen mehr. Noch mehr. So, hier auf der Höhe ist dann die Nase. Also diese, zumindest die Nasenspitze. Das krümmt sich ja dann doch sehr nach vorne. Und die Nasenflügel sind dann deutlich höher. Dass wir die... Aber ich muss gucken, dass ich die Nase doch noch ein bisschen breiter zeichne. Dass es nicht zu schmal wird. Auch hier haben wir ja wieder wie bei der alten Frau, die wir schon gezeichnet haben. Wieder älteres Gesicht. Das heißt, Nase und Ohren wachsen halt wieder weiter im Alter. Und das müssen wir halt dementsprechend beachten. So, jetzt haben wir hier oben... Also wenn hier die Augenbrauen drauf liegen, dann haben wir halt an der Stelle noch diese... Wo die Nase halt anfängt, diese Nasenwurzel. Und die geht halt noch deutlich... Ja, wobei, vielleicht habe ich es zu hoch gezeichnet. Da müssen wir uns halt an der Augen... An der Augenlinie orientieren. Wenn ich mir vorstelle, das läuft genau hier durch. Dann müsste hier dieser Knick liegen. Und darüber kann man halt auch schön die Form der Nase bestimmen, dass man die gar nicht bis runter durchziehen muss. Sondern indem man halt hier unten das hat und hier oben das hat, ist das halt ein schöner... Also verbindet sich das dann so vom Kopf her. Deshalb kann man auch, wenn man jetzt so... Nicht karikaturen, aber Bilder hat, wo man so einen hohen Kontrast hat. Da hat man ja manchmal nur so schwarz-weiß Linien. Und das reicht dann ja schon, um das Gesicht zu erkennen. Die Person, die man darstellen möchte. Ich muss aber sehen, dass ich den... Also hier ist dann noch diese... Diese Falte, die bis zum Kinn runter geht. Also sozusagen, dass wir die Haut noch etwas faltiger darstellen am Rand. So nochmal kurz hier, dass mein Bildschirm nicht ausgeht vom Handy. Aber ich muss sagen, mit dem neuen Kurutoga, zeichnet sich echt gut. Also der gleitet sehr sanft über das Papier. Bin ich bis jetzt, so die paar Minuten, mit denen ich dir gezeichnet habe, schon sehr zufrieden mit dem Teil. Naja, sollte man auch sein, wenn man dafür... Für 17, fast 18 Euro bezahlt hat. Ein teures Vergnügen. Aber ist ja halt auch für die Videos. So, jetzt machen wir hier diese Falte. Und die verbindet sich dann ja hier mit der Falte am Rand. Also dass das dann so hier geht. Das ist halt diese Lachfalte. Da geht es dann halt auch noch so zum Mund über. Vor allem heute haben wir mal den schönen Vorteil, dass wir keine Zähne zeichnen müssen. Weil er freundlicherweise so lacht, dass man die Zähne nicht sieht. Wer weiß, vielleicht hat er auch keine Zähne mehr. Kann ja auch sein. Und hier drüben geht es dann da hin. Also es sind ja sehr viele Falten. Und da würde ich wieder das alte Konzept oder Prinzip verfolgen. Wirklich nur so die Hauptfalten einzuzeichnen. Und dann jetzt wirklich so auf die Kleineren zu verzichten. Das kann man dann machen, wenn man wirklich ein sehr detailliertes Porträt zeichnen möchte. Aber bei uns geht es halt immer ums Vereinfachen und um die wesentlichen Formen zu erfassen. So, wie weit sind wir denn eigentlich? Zehn Minuten in der Zeichnung. Okay, wir müssen noch die Augen machen. Und ich habe ja zwischendrin noch mal kurz gelabert über den Stift. Das heißt, da habe ich auch noch mal ein paar Sekunden mehr. Dann müssen wir schauen. Könnte sein, dass ich diesen Bereich jetzt so lang gemacht habe. Müssen wir mal kurz nachchecken. Also wenn wir jetzt hier bis zum Auge. Also die Linie. Nee, Quatsch. So, ich gucke noch mal. Genau das hier. Hätte, okay. Also hier hätte dann die, okay, das ist der Messfehler. Darum. Also müssen wir gucken, dass wir die. Die brauen. Noch ein Stück weiter runter setzen. Ich bin jetzt von der Linie hier oben ausgegangen. Darum sah es halt zu groß aus. Aber es könnte trotzdem sein, dass wir hier. Vielleicht können wir das noch kaschieren mit den Falten. So, dass wir zumindest an der Stelle dann noch den, also der Haut dann noch die Form verleihen. Ich glaube die Nase, ich hätte es noch ein Stück höher gemusst, so mit den Nasenflügeln. Aber ja, ist jetzt halt so. Wenn wir jetzt hier zu lange dran rund, wenn wir jetzt jetzt noch alles weg machen würden, hätte, würde es halt einfach, das ist halt unmöglich. Deshalb müssen wir jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Und ich gehe jetzt hier bei der Nase halt. Und das Witzige ist ja auch, dass der, der Mund hier, also der Mundwinkel, der geht ja wirklich bis hier hoch, wo dann das Auge aufhört bei ihm. So hier. Da geht es dann so nach unten. Also normalerweise hat man ja so den, den Mundwinkel, so auf Höhe vom, vom Inneren des Auges. Alles gut, da ist es dann natürlich auch so, wenn der Mund entspannt ist und nicht lächelt oder so. So bei der anderen Seite, da kommen wir, da müssen wir es noch ein Stück weiter raus setzen. Da passt das halt nicht ganz mit dem Augenwinkel, äh mit dem Mundwinkel und dem Auge. Dann kommt hier halt das Auge hin. Da haben wir auch wieder sehr viele Falten an der Stelle. So mal gucken, dass ich halt die wieder auf, also gleich groß zeichne. Oder was heißt auch gleich, auch auf die gleiche Linie halt auch. Ist ja auch immer so das Ding, dass ich da mal gucken muss, dass mein rechtes Auge nicht so, also nicht so sehr von der Position des linken Auges abweicht. Kommt ja leider öfter vor, als ich will. Zumindest hier bei diesen schnellen Zeichnungen, wenn man halt mehr Zeit hat zum Nachmessen, dann geht das alles. Aber hier muss man es halt wirklich ruckzuck erfassen. So jetzt machen wir mal rundherum. So zumindest die, also diese, diese Stirn, dieser Stirnknochen oder wie auch immer der heißt. So hier sind dann die Falten am Rand. Genauso hier, das ist halt so diese, die von den Augen aus gehen, diese Lachfalten. An der Stelle ist wie so Schatten. Und hier auch. Also das wird das dann, könnte man dann auch so zeichnen. Da hat man dann gleich noch so einen Fluchtpunkt. Also hier geht es dann so nach rechts weg, äh nach links weg, hier geht es nach rechts weg. Und dann können wir vielleicht auch noch so ein bisschen hier zumindest dem Gesicht Struktur geben. Unterm Auge würde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Falten setzen, damit, damit das der, der Bereich hier nicht so leer ist. Also es muss jetzt nicht hundertprozentig die gleiche, der gleiche Faltenwurf sein wie in der Vorlage. Wenn die eine Falte ein bisschen anders ist als die andere, ist das auch okay. So hier die, also die braunen, die deute ich jetzt mal nur so als Striche an. Und dann haben wir doch eigentlich trotzdem schon doch so wie, wie eine Karikatur so ein bisschen, oder? Was meint ihr? So hier, so die Haare, zumindest so ein bisschen ausgearbeitet, damit man halt die Form erkennt. Und da würde ich jetzt aber nicht so den großen Fokus drauf legen. Ich würde auf jeden Fall, was wir jetzt noch machen, sind die, äh sind die Ohren noch. Also wenn die fehlen, dann ist ja wirklich das, dann ist das kein, kein gutes Porträt. Okay, seine Ohren sind wichtig. Und zwar setzen, gucken wir jetzt mal. Die sind ja eigentlich schon auf Höhe der Augenbrauen. Da können wir die auf jeden Fall, wobei wenn ich jetzt hier gucke. Also so und so, also dass wir zumindest auf eine Ebene das setzen. Und unten sind sie dann, also normalerweise ist es ja dann immer so auf Höhe der Nase, ne? Machen wir jetzt mal so. Dann passt es doch auch von den Linien, die wir zuvor gesetzt haben, ziemlich gut, dass wir die gleich als Anhaltspunkte nehmen können, die dann einzuzeichnen. So. Hier drüben genauso. Wobei hier ist es ja noch so, dass es dann, hier ist noch so ein Teil vom, müssten wir eigentlich hier auch noch einzeichnen. So hier, dass das ja nicht einfach nur so wie dran geklatscht ist, sondern halt wirklich miteinander verbunden. Also die innere Wölbung des Ohrs, naja. Da sind wir jetzt mal nicht so akkurat. Zumindest so, dass man halt sieht, wo was hingehört. Und dann kommt hier noch der Teil, also Ohrläppchen. Hier ist dann die, der obere Teil. Das geht etwas schräger dann nach unten. So. Und hier dann auch noch die, gucken wie sieht es in der Kamera aus. Also auf jeden Fall, für die Kamera ist der Stift hier mit der weicheren Miene deutlich besser. Also man, ich finde man sieht es besser als bei den letzten Bildern. So Leute, wir sind wieder da. Zumindest mit dem Bild. Also es kotzt mich wirklich extrem an, dass die Kamera einfach aufgehört hat aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Der Speicher war auch nicht voll. Keine Ahnung. Ich habe nur plötzlich jetzt aufs Dings geguckt, aufs Display und habe gesehen, es nimmt einfach nicht mehr auf. Also es ist halt wirklich super nervig und keine Ahnung. Ich hatte eigentlich gehofft, dass uns sowas erspart bleibt bei der Challenge. Naja, dann habt ihr halt den Großteil nicht gesehen, wie ich das hier gezeichnet habe. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Also ihr habt es jetzt schon gesehen im Video, ob ich es jetzt drinnen lasse. Also was ich jetzt gesagt habe, dass ihr euch zumindest das anhören könnt. Und ich dann, ja ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Finde ich jetzt echt schade, dass ihr das jetzt nicht sehen konntet. Dass es einfach aufgehört hat. Hatte ich noch nie. Keine Ahnung, warum die Kamera einfach aufgehört hat. Naja. Ich gucke mal, wie ich das noch irgendwie hinkriege. Ansonsten müsste ich es halt den Teil dann rausschneiden. Keine Ahnung. Oder ich setze euch eine Zeitmarke. Dann könnt ihr das überspringen. Kommt dann direkt hier zum Ende. Naja. Trübt die Laune ein bisschen. Ist echt schade. Zumal ich halt noch gesagt habe, wie gut ich ja diesen Stift finde. Und ja, dass das doch eigentlich auch ein ganz cooles Motiv ist. Naja. So ist es halt. Gut. Also. Das ist unser 14. Motiv. Ich werde es auch aufhören. Es hat jetzt. Ist egal. Ich habe zumindest jetzt das Ende noch gesehen. Bis es jetzt wieder. Wie der aussieht zum Schluss. Und ja. Ich hoffe einfach, dass es morgen wieder besser läuft. Dass es dann wieder mit Bild geht. Und ja. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit diesem Motiv hier. Achso. Wir müssen ja noch gucken, was wir morgen zeichnen. Morgen zeichnen wir wieder einen alten Menschen. Und wieder ein Profil. Also morgen wird es nochmal anspruchsvoll mit diesem Herren hier. Und ich hoffe dann wieder mit kompletten Bild. Bis dahin. Macht's gut. Und.